Pärchenurlaub auf der Insel der Versuchung. Doch den verbringen die Paare ohne ihren Partner. Dafür mit liebeshungrigen Singles. Ich würde das halt nutzen, um auch zu sehen, wie standfest unsere Beziehung ist. Ich werde Ihnen das nicht überfallen. Ich möchte ihn erstmal näher kennenlernen und dann schaut man mal weiter. Temptation Island. Versuchung im Paradies. Alle Folgen jetzt schon bei TVNOW. Dortoth.